Boah, das ist so ekelhaft. Oh nein! Und ich dachte, meine übergelaufene Toilette auf Jamaika war eklig. What the f... Oh! Oh! Fuck! Der hat mich angekotzt! Warum sehen die Kackwürste hier aus wie Brezeln? Ist das die Tür von vorhin? I wanna see your true face. Christ, we deserve. Watch. What you want is very wrong. Go home and pray. Für mehr Outlast 2, klicke hier unten auf die Playlist oder gib in die Suche Outlast 2 Domtendo ein.